Moin, ich bin Dennis Müller. Wir sind heute hier am dritten Wettkampftag beim Red Stands Festival auf Norderney. Wir seht es schon gut windig und jetzt geht's los. Macht's gut! Wettkampftag Wettkampftag Unglaublich! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Merzlöster hier auf Norderney zu schlagen. Unglaublich! Ich bin auch völlig außer Atem. Es war total geil. Hat ein wenig wind. Der erste wurde leider gerade abgebrochen. Da habe ich auch geführt. Und jetzt, perfekten Start gehabt, gut geheilt. War einfach ein geiles Rennen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020